Mein Name ist Margarita Molina de Hougas. Ich bin Reiki Masterin des dritten Grades und darf sowohl Menschen, Tiere als auch Pflanzen behandeln. Tiere reagieren sehr gut auf Reiki und wie auch bei Menschen kann Reiki bei allen Arten von Krankheiten, Verletzungen, Stress, Angst, besonders beim allgemeinen Verhalten, Problemen, eingewandt werden. Sollten Sie sich für eine Reiki-Sitzung Ihren Hund interessieren, können Sie uns gerne kontaktieren.